Du musst eine Frage stellen. Ach, Stufe 2. Dein Projekt in einem Satz? Olli und ich machen einen Podcast zu allen Themen, die früher immer E-Learning hießen. Wir machen den Podcast schon über 50 Millionen lang, aber wir haben noch nie zusammen in einem Raum gesessen dabei. Welche Person, tot oder lebendig, fehlt dir in deinem Projekt? Manfred Spitzer, ich hätte gerne so einen grumpy Sidekick. Ich wünsche mir Immanuel Kant, auch wenn er schon tot ist. Welche Frage willst du nie wieder beantworten müssen? Was ist wichtiger, Technik oder Pädagogik? Wie kann man die Qualität von OER sichern? Wenn dein Projekt ein Tier wäre, welches wäre es? Olli sagt immer Katzen. Katzen, natürlich. Auf welche Frage weißt du selber noch keine Antwort? Auf diese. Wen würdest du gerne mehr mit deinem Projekt erreichen? Manfred Spitzer, damit er mal was lernt. Karin Prien, Bettina Stark-Watzinger, auch gern noch Anja Karliczek und dich. Was ist dein größter Erfolg mit deinem Projekt? Wir haben ein Selfie gemacht mit Jörg Lohre auf dem OER-Camp. Was würdest du anderen gerne mitgeben? Jeder kann mit Mut zur Lücke einen eigenen Podcast machen. Weder die Pädagogen noch die Techniker sind das Problem, sind die BWLer. Wenn du deinem Jüngeren selbst einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre es? Mach das nochmal, das macht Spaß. Mach es nicht. Wo können die Zuschauer mehr über dein Projekt erfahren? Man googelt Bildung alt entfernen, weil es ist lingalt.de. Ich kann das nicht mal meiner Mutter erklären.